Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth Wir spielen weiterhin Challenges und ich bin so ein bisschen angefressen wegen Demoman letztes Mal Aber stattdessen spielen wir heute The Host würde ich vorschlagen Ich tippe mal Mulligan und Infestation und Co Okay, The Tick Okay, Skitole und noch irgendwas anderes Okay, schauen wir mal was draus wird Okay, Kamikaze fliegen, sieht schon mal nicht schlecht aus Verursachen das, da, dang it, doppelte unsere Space Damage Okay, wir spawnen auch noch Kamikaze Spinnen, interessant Checken wir mal nach Hinterdrocks Das sieht nicht danach aus Und das Self-Sacrifice Room Das Eternal Heart lasse ich erstmal liegen, bis wir mit dem Floor durch sind Und dann gucken wir mal Lust Okay, das heißt hier dürften wir dann auf jeden Fall schon mal Ähm Okay, oder auch nicht Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier gemütlich ne Oh, Tinted Rock, shit, keine Bomben Gemütlich The Virus bekommen, aber das war ja anscheinend nicht der Fall Okay, spinnen Könntet ihr mal, danke, abkratzen Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet Okay, großer Raum mit Fettys und Mr. Moss Walker und der Fetti Fetti stirbt Fetti tot Walker tot Sent Leider keine Bombe Okay, Boss müsste jetzt hier direkt kommen Ja, da ist er auch schon Nöp Okay Und okay Immer noch keine Bomben Schade Dann kümmern wir uns mal um Larry Jr. Ja Ähm Okay Wir sollten mal drauf achten, dass wir hier Platz zum Ausweichen haben Okay Noch ein Stückchen ausgeschaltet Noch ein Stückchen ausgeschaltet Gut Kratz ab Und Larry Jr. ist Na komm Tot Perfekt Synth Oil Damage Range Sehr gut Gefällt mir So, das war doch schon mal ein sehr schöner erster Floor Dann gucken wir mal, ob in den Häufchen noch irgendwas drin ist Und Düsen noch ein Tinted Rock So ein Müll Und wir haben keine Bomben Und düsen noch mal kurz zurück Und holen uns das Eternal Heart Dann kriegen wir erst unser Damage Upgrade Und dann noch auch Dann auch noch ein HP Upgrade Dann finde ich das jetzt schon mal sehr cool Und dann checken wir mal, was der Rest Äh Der Runde noch so auf sich hat Hoffen wir mal, dass wir auf dem nächsten Floor keinen Curse of Darkness oder so haben Oop, noch ein Häufchen Das hatte ich irgendwie übersehen Joink Und abwärts Oh, Basement 2 Boss Trap Oop, ein ganzer Haufen von den Viechern Noch ein Tinted Rock Weiterhin keine Bomben Das ist ziemlich unfair, aber Nichts, was ich dagegen tun kann Gucken wir mal hier Oop, noch ein Schlüssel Noch ein Tinted Rock Und immer noch keine Bomben Goddammit Okay, hier komme ich auch nirgends dran Kleine Fliegenarmada Immer noch keine Bomben Und unser Boss Moment Ich muss mir ganz kurz kratzen Okay Und dann schauen wir mal Wen haben wir denn Monstro Jupp, bisschen ausweichen Vielleicht kriege ich es ja hin Keinen Rothherz Damage zu nehmen Balls of Steel Perfekt Ich kriege keinen Rothherz Damage Wenn ich mich nicht vollkommen Demlich anstelle Okay Monstro ist halb tot Und Monstro ist Tot Perfekt Drops Ähm Growth Hormone Speed und Damage Ähm Große Trollbombe Spirit Herzen und Spinnen Bis jetzt Ausgesprochen guter Run Für die die zu Hause mitspielen wollen WL3Z 9XT4 Ist der Seed Und Ich würde ja mal vorschlagen Wir checken mal Ob wir nicht vielleicht doch noch Irgendwo ein paar Bomben finden Hier auf dem Floor Wir sind schnell genug Dass Backtracking jetzt nicht mehr So mega ätzend ist Ich meine es ist zwar Nicht angenehm aber Es ist jetzt auch nicht Mega tragisch Gucken wir mal hier Pride Pride Anarchist Cookbook Ist fast sowas wie eine Bombe Eigentlich ist Anarchist Cookbook Sogar mehrere Bomben Dann Haben wir jetzt mehrere Optionen Wir haben drei Schlüssel Dann würde ich vorschlagen Der Klügste Ansatz Denke ich Wäre hier Es sei denn das passiert Seriously Das war jetzt etwas doof gelaufen Aber Nichts was ich dagegen tun kann Dann hätten wir noch Die Option Mal den Shop zu checken Natürlich gibt es hier auch Keine Bomben Aber eine Ladung Für unser Spacebar Item Da ich ja absolut Lernresistent bin Wir gehen gerade nochmal hier runter Machen das nochmal Goldene Truhe Hey Eine Bombe Perfekt Dann ballern wir die mal schnell hier hin Öffnen die andere goldene Truhe Schau an Auf einmal funktioniert das ja sogar ein bisschen Jetzt haben wir Hier noch eine Truhe an die wir rankommen Müssten Oder auch nicht Dankeschön Hervorragend Und den Small Rock Bam Damage Upgrade Schönes Ding Wohl an denn Dann sind wir hier soweit fertig Leider keine weiteren Bomben mehr Das heißt ich komme an die coole Truhe da oben nicht ran Andererseits Was soll's Wir waren dann soweit doch Trotz allem recht erfolgreich Und verschwinden auf den nächsten Floor Caves 1 mit Curse of the Blind Heißt wir können Items die wir finden Nicht sehen Also beziehungsweise wir sehen die Items Wir wissen aber nicht was die Items sind Okay noch ein Cent Dann checken wir mal Da ist doch auch schon unser Boss Das war ein sehr kurzer und sehr angenehmer Floor Dann kämpfen wir noch schnell gegen Megamore Megamore Spawn Viecher Bringt ihm nur leider nicht allzu viel Und Megamore ist Tod Hervorragend Caffeine Pills Speed Up Size Down Und Dead Sea Scrolls Okay Ähm Ja Zufälliger Space by Item Effect Absolute Random Und Nächster Floor Das hier wird ja zu einem richtigen Speed Run aktuell Okay Caves 2 Gehen wir mal nach rechts Rote Laser Fliegen Also Laser Fliegen ist relativ Rote Projektil Fliegen Wenn es euch besser gefällt Curse Room Fettis Curse Room bietet an Rote Truhe mit einem Spirit Hearts Dann kommen wir wenigstens auf 0 wieder hier raus Haben wir hier Bible Tracked Können wir nicht aufheben Wir haben The Tick Die wird man leider nicht so einfach wieder los Um genau zu sein wird man die gar nicht wieder los Dafür reduziert sie die gegnerischen Boss HP um 10 oder 20% Also es ist nicht zu unterschätzen Okay Viel Zeug alles tot Boss vielleicht hier unten Wir One Hitten fliegen Das ist schon mal ein sehr schönes Gefühl Ruhe mit Na Bombe Hey Wir haben sogar eine Arcade Letztes war ein Viech Okay Alle Toten Noch eine Bombe Arcade Show me your secrets Gehen wir erstmal hier rein Wir jagen den Arcade Automat in die Luft Und Machen uns weiter Unserer Wege Autsch Girdles Bitch please Rosary Bead Faith up Ähm Erhöht die Chance auf Spirit Hearts Soweit ich weiß So Dann letzte Fliege getötet Wupp Puta Wählen wir mal dich Und Entschuldigung Und ich musste gerade was nachschauen So Dann gucken wir mal Wen haben wir denn The Fallen Gratis Devil Room Item Okay Charge Split Okay Du bist tot Und Du bist tot Spirit of the Night Scary Jetzt können wir fliegen Hervorragend Jetzt könnten wir sogar mal aktiv checken Ob hier nicht irgendwo noch was rumliegt Was wir hätten einsammeln wollen Ich habe ehrlich gesagt Nicht wirklich darauf geachtet Ah ja genau Hier gibt es noch ein paar Cents Shop wäre theoretisch auch noch eine Option Ah ja genau Und wir haben Spectral Tears Heißt wir können durch Steine und so weiter durchschießen Dripids werden auch gewonnen Hitted Das ist auch nochmal schön Und unser Shop gibt uns ein Spirit Hearts Hey Life Savings ist uns wurscht Du bist unbekannt Batrap Und Explore the Diary Rückzug Und Bist Du da oben Tintorock Ne bist du nicht Dann sind wir hier auf dem Floor fertig Und verschwinden auf den nächsten Düsen wir mal hier nach unten Hier nach links Hier nach unten Und hier nach links Und hier nach unten Wortwörtlich So Vorletzter Floor Debs 1 Bei 10 Minuten etwa Erster Fetti Zweiter Fetti Keine Drops Schade Gucken wir mal hier links Wupp 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 Und Wupp Okay Boss Noch nicht Oh wir haben Wies So weit So weit So tot Okay Ey Spirit Hearts Schönes Ding Checken wir mal hier Na juppie du Hatsch Ach verflucht Jetzt hat er mich doch erwischt Okay Versuchen wir das nochmal Gehen wir diesmal mal hier nach unten Erstes Turret Zweites Turret Hand 1 Hand 2 Okay Kurz warten Okay Nochmal kurz warten Und das wäre der Raum Tinted Rocks Nope Checken wir erstmal hier unten nach dem Boss Ne Das ist nur der Shop Jedenfalls tippe ich mal auf den Shop Das ist halt ein verschlossener Raum Bomben Gucken wir mal hier Floating Knights Dudes Please Okay Ähm Okay Das hätte jetzt auch ein bisschen schief gehen können Die dunklen Champions sind in der Regel die die explodieren Und nicht unbedingt die die einem Schlüssel geben Und das wäre das Boss Nope Self Sacrifice Room Boss Upp Knochenmistviecher Okay Schlüssel Boss Nope Dingels Chunks Und Drips Oh Und ein Homing-Tiersfeuer Wie ich gerade sehe Hier sollte ich vielleicht Klein wenig aufpassen Oh Boss Not yet Okay Du bist tot Upp Fehlt noch der Larry Junior Ist auch tot Moro das Arz Boss Hey Endlich Au Dang it Floating Knight Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 3 Und Nummer 4 Und The Gate Nöp Ah Dang it Dude Kannst du mal weniger Viehzeug spawnen Ah Grimstone Okay The Gate wäre tot Magic Mushroom Alls das Upgrade Hey hey Ist bis jetzt ein ziemlich toller Run Jetzt sind wir ein bisschen fix Also ein bisschen schnell meine ich Vom Speed her Aber Gut Was soll's Okay Necropolis 2 Curse of the Lost Äh Ähm Curse Room Könnte es wert sein Worth it Äh okay Und dann checken wir das nächste Mal hier unten Wir haben ein paar Masks auf Infamy Jedermanns Favorit Pille Puberty Macht nichts Hat keinen Effekt das Ding Dann packen wir mal genau da in die Mitte eine Bombe Oh Schade Hm Muss mal kurz meine Position resetten Dann setzen wir eine hier hin Und eine da hin Ein Spirit Hearts für die ganze Aktion Plus Minus Okay was soll's Ähm Das hier ist wenigstens nicht allzu schwierig Ja Dann killen wir mal die Hives Ja Okay Ihr seid auch alle tot Judas Tung Reduziert alle Deals auf Upp Ein Rotes Herz Wenn ich mich nicht komplett täusche Ich weiß nicht wie sich das dann mit Spirit Hearts Deals verhält Und ein Tinted Rock Mit noch nem Spirit Hearts Boss Nein Aber homingt hier ist Anus Wolke Blöde Mistviecher Sinnloser Raum Jupp Keeper Keeper und Leaper Keeper please Danke Send Dann checken wir erstmal hier oben Teratoma Teratoma Wenigstens können wir das meiste alles one hitten Das meiste alles Ist auch ein sehr schönes Äh Oxymoron Upp Upp Ouch Okay Bombe Und hier ist dann schon mal kein Boss Checken wir als nächstes mal hier rechts Okay Ganz großer Raum Ein paar Headless Horsemans Headless Horseman Nummer 1 ist schon mal tot Nummer 2 ist schon mal tot Und Nummer 3 ist auch schon mal tot Oh Türen Da ist eine Tür Äh Hoffen wir mal hier unser Boss irgendwo Nein der Shop Okay das heißt auch hier waren wir falsch Hier kann man nicht runter Also hier zurück Hier runter Hier nach links Hier nach links Und hier runter Hab ich irgendwo ne Tür übersehen? Ich muss irgendwo ne Tür übersehen haben Hier waren wir schon Da waren wir schon Hier waren wir schon Dann gucken wir doch mal ganz kurz hier oben Ah Hier waren wir noch nicht Ups Entschuldigung Okay Die Licker sind ausgeschaltet Ganze Haufen Knights Floating Knights Um genau zu sein Kommt mal in meine Richtung Jungs Du bist tot Du bist tot Und du bist tot Perfekt Boss Okay Das waren hier auch alle Sehe ich einen Boss Noch nicht Einen Centrodrog sehe ich auch nicht Boss hier Einen Chub Hab ich hier auf jeden Fall Und ein paar Charger Noch ne Arcade Mit noch nem Arcade Automat Boink Kleingeld und ein Eternal Heart Sollte ich noch durchbekommen Müsste machbar sein Und da ist unser Boss Na endlich Okay Hi Mom Oh rote Mom Rote Champion Mom Spawned keine Gegner Oh Denget Stampft mich nur ein bisschen Damage ist ausgesprochen Okay Ah Verflucht zu langsam Okay Okay Und Tschüssi Kowski Was haben wir hier Dead Dove Flight on Spectral Tears Was haben wir hier alles schönes Mom's Wake Holy Water Daddy 6 Und Book of Shadows Na Überall kein Interesse Ich hab jetzt die Dead Dove Auch nur aufgehoben Weil ich nicht glaube Dass wir die schon hatten Wir haben ja schließlich Relativ selten Unsere tollen Deals Äh Angel Rooms Wir haben freigeschaltet Technology 5 Oder Punkt 5 Und Dann checken wir mal Nochmal unsere Challenges Wir sind ja schließlich noch Unter 20 Minuten The Family Man Das glaube ich Recht selbsterklärend Vom Titel her Ich tippe mal auf Auf dem Haufen Familias Drei Familias Wir können nicht schießen Okay Und That's Key Alles klar Dann gucken wir mal Goldene Truhe Secret Room Goldene Truhe Ließ sich damit Leider nicht öffnen Wir sind nur noch Ein bisschen langsam Okay Dann schauen wir mal Was jetzt hier Noch so Am Mann ist Für die Challenge Mal gucken wie weit Wir hier kommen müssen Okay Wo bist du Da bist du Und der letzte seiner Art Ist auch Geschichte Da haben wir noch Ein Cent Boss Nope Tape Worms Und Ein Tinted Rock Das schnappen wir uns Direkt mal Spirit Hearts Und ein Cent Kleinen Moment Bitte Entschuldigt Ich hab heute Irgendwie was im Hals Okay Und dann checken wir mal Hier rechts Da ist doch schon mal Unser Boss Da sind ein paar Mr. Maws Und unser Boss Kampf gegen Jiminy Okay Dann fehlt noch Der kleine Scheißer Was sich durchaus Als ein bisschen Schwierig herausstellt Aber wir haben es geschafft Und da ist noch Ein HP Upgrade Und da ist unser Nächster Floor Okay bis wohin Müssen wir kommen Äh It lives Okay Das könnte schwierig werden Cellar 2 Checken wir mal Den Cars Room Oh Sicked Room Schnieke Hm Keybacker Nicht ganz so Schnieke Keine Drops Okay Haben wir aber Überstanden Checken wir mal Hier Spinnen Und ein Puter Kamikaze Fliege Wärst du so gut Danke Noch ein Rohr das Herz Und Spinnen Okay Haben wir recht gut Überstanden Ju Boss vielleicht Hier in die Richtung Man war es Es nett Okay Noch ein Rotes Herz Und da ist Unser Boss Und da ist Eine Truhe Und da ist Der Fakt Dass wir keine Bomben haben Shit Okay Dafür dass wir nur mit den Familias unterwegs sind Verursachen wir doch Recht gut Damage Das könnte allerdings auch Nochmal Mit einem von unseren Items zu tun haben Ich glaube wir haben Eins von den Items Die dafür sorgen Dass unsere Familias Mehr Damage Verursachen Okay Dang it Meine schöne Deal Chance Und Pen ist tot Blood Clawed Damage und Range Upgrade Gut Dann sind wir auch hier fertig Nächster Floor Caves 1 Catacombs 1 Trommelwirbel Catacombs XL Okay Das heißt für uns Dass wir jetzt Zwei Bosse auf einmal finden Das lief doch Ausgesprochen Gut gerade Ich hatte jetzt schon Vermutet Dass wir dort Genau in der Range Sind Tinted Rock Spurthards Schön Dann dürfen wir das Jetzt auch mit dem Deal gebacken kriegen Noch 1 Cent Und weiter nach oben Würde ich erstmal Vorschlagen Okay Komplett Die falsche Entscheidung Und unsere erste Pille Tears down Macht nichts Wir haben ja schließlich Keine Tears Dann schalten wir erstmal Dich aus Und dann Dich Und weiter nach links Uploaded Spiders Leider nicht Jedermanns Liebling Schon gar nicht meiner Mehr Pillen Amnesia ist schon mal scheiße Und Range down Seriously Okay Dann sind wir da fertig Da fertig Den Cent ignoriere ich Weiter nach links Rückzug Okay Und das letzte Viel seiner Art Jedenfalls ausgeschaltet Goldener Schlüssel Jetzt hätte ich gerne Ein paar goldene Truhen Du auch noch tot Dankeschön Noch 1 Cent Boss Nein Sloth Als Miniboss Charger Oh cool Ich kann sogar die Türen öffnen Mit Dads Key Finde ich interessant Wusste ich nicht Okay Sloth ist tot Hero found 2 Spirit Herzen Kommt in einem sehr guten Moment zu uns Und dann checken wir Hier nach dem Boss Die Möglichkeit Besteht zumindest Dass unser Boss Hier in der Richtung ist Okay Noch ein Sand Der jetzt Key Wieder einsatzbereit Und unsere kleinen Familias Scheinen Zumindest diese Mistviecher Zu One Hitten Hema Tralala Okay Und nochmal Tears Down Hup Und hup Noch ein Schlüssel Boss Nein Fuck this Retreat Boss Oh no Gurgles Sind Nicht Gerade Meine Lieblinge Jupp Okay Und der letzte Erwischt Rotes Herz Volles Leben Sehr schön Rainbow Poop Okay Rainbow Poop Bringt uns noch nicht viel Rainbow Poop Sorgt dafür Dass wir volles Leben bekommen Allerdings Fehlt uns gerade Kein Leben Perfekt Und der Shop Kostet uns ja nichts Gucken wir mal rein Kompass Oh den hätte ich jetzt gerne Aber okay Nichts Was wir hier machen können Da ist unser Boss Da ist ein Tinted Rock Und da ist ein totes Viech Und keine Bomben Shit Gibt es hier Bomben Bomben? Natürlich nicht Wen wundert's Entschuldigung So und dann gucken wir mal Wen haben wir denn The Husk Ist unser Boss Nummer 1 Kann ich die Boss Türen öffnen? Nee ich kann sogar die Boss Türen öffnen Das ist ja extrem Ja verflucht Okay Husk ist tot Item Speed und Range Up Okay jetzt sind wir zumindest etwas fixer Und können besser ausweichen Und ein Bosskampf gegen den Dark One Finde ich nicht so besonders cool Es sei denn Äh man kann ihn so goaten wie Monstro Also Monstro 2 speziell Oh den geht Okay jetzt macht er alles dunkel Charge 1 Charge 2 Und Joink Projektile Und Das war der Dark One Growth Hormones Speed und Damage Horror of Babylon Why not? Okay Und dann sind wir auch auf dem Floor wieder fertig So Next Catacombs 2 Ach ne Falsch XL Floor Ähm Necropolis Okay Damage Upgrades sind für uns übrigens nicht vollkommen irrelevant Es mag zwar sein dass wir nicht schießen können Aber die Kamikaze Fliegen von Rotten Baby Beziehen ihre Damage Values trotzdem immer noch von unserem Schadenswert So der Raum hier gefällt mir absolut und überhaupt gar nicht Hier gibt's ne Tür Jupp Föten Okay Hup Okay Boss No Brimstone Viech Ups Sala Brimstone Viech ist tot Haben wir hier ein kurzes Spinnenintermezzo Okay Perfekt Und sind auch hier fertig Mehr Knights Okay Dann Mache ich erstmal das Äh Jupp Ich denke die Entscheidung ist relativ klar Oh Denk Okay Halbes rotes Harz Keine Verwendung Kurzes Taratoma Intermezzo Hup 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 Spinne Mehr Spinne Und Raum Hup 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 Und da ist er wieder Weiter im Text Hup 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 Mehr Spinnen Da ist wieder der Brimstone der Ätzende Also darf man sich im Endeffekt einfach nur nicht unter ihm befinden Soweit ich das verstanden hab Ah verflucht Oder über ihm Okay aber er ist sowieso tot Speedball Speed und Shot Speed Oh und Krampus Nicht Krampus Uh Oh yeah Ähm Gappis Paw Packed That's key Hey Willkommen im Deal Schon wieder Oh Das heißt wir haben jetzt ein bisschen mehr Damage Sind im Horror of Babylon Zustand Und hatten eins von drei Gappi Items Und wisst ihr was Wir lassen Dad's key einfach mal liegen Und schnoppen uns einfach Gappis Paw Für den Fall dass wir mehr HP Upgrades bekommen Ist das wahrscheinlich eine clevere Entscheidung Und ich trinke mal schnell einen Schluck Kaffee Okay Necropolis 2 Zeit für Moms Foot Haben wir ihn hier Oh no Da war ich gerade ein wenig eingekesselt Okay Okay jetzt haben wir hier noch eine Boomfly Und ein paar Puter Und einen Schlüssel Okay Boss Nope Geister Okay Das waren die zwei Geister Halbsrotesats Keine Verwendung Curse Room Oh Zwei Pillen Noch eine Tiers Down Und eine Amnesia Da bleib ich eher bei der Tiers Down Die ist weniger tragisch Okay Charge Ups Und dann killen wir noch schnell Dich So Sehr gut Schlüssel Shop lohnt sich nicht Nicht genug Geld Könnte Greed sein Das ist nochmal mit zusätzlich Ein kleiner Antifaktor Und das heißt für uns schon mal Dass hier oben Ups Nicht der Boss ist Dann wäre der entweder hier unten Oder auch nicht Wundert mich nicht Wir müssen doch wieder durch den großen Raum durch Vielleicht kann ich mich ja so hier hinstellen Ja Dass unsere Kamikaze fliegen Einfach da hoch fliegen Ja Perfekt Dann muss ich mich nicht mal großartig damit rumschlagen Dass die Viecher mir nachfolgen Na shit Bis auf den einen Okay Müssen wir jetzt doch den Zugang öffnen Dich können wir wenigstens sehen Weil du so eine Spur hinterlässt Und unsere Pille ist unbekannt What the fuck Warum hab ich nur schlechte Pillen heute Oder zumindest hier in dem Run Okay Nichts von Relevanz Checken wir mal hier Hup Okay Verflucht Da bin ich genau rein Das war etwas doof Dude Alter Das Mistfie war irgendwie ein bisschen sehr nervig Aber okay Genug davon Boss Nope Okay Raum abgeschlossen Schlüssel Boss Nope Noch immer nicht Noch ein Cent Ähm Boss Nope Hollow Machen wir mal schnell den Hollow Platz Also mal schnell Natürlich wie immer ein bisschen Relativ Boomfly Auch ausgeschaltet Rotes Harz Boss Hey Da ist unser Boss Ganzer Haufen Fettys Okay Fetti 1 ist tot Fetti 2 ist tot Und das wird jetzt ziemlich happig Hi Mom Okay blaue Mom Dann nutzen wir schnell mal die Gelegenheit Spirit Hearts Dang it Oh Dang it Das ist jetzt gleich Ende Banane Okay Hunt Woop Fuß Ah Ende Mist Aber okay Nichts was ich dagegen tun konnte Ich denke mal die Deals waren dann doch zu risky Aber was soll's Versuchen wir es nächstes Mal einfach nochmal Aber erstmal Versuchen wir noch die anderen Challenges die wir noch nicht hatten Okay Dann hoffe ich Die Episode hat euch gefallen Ich hoffe ihr hattet Spaß Und ich hoffe wir sind uns nächstes Mal wieder In diesem Sinne Wie immer von der Barcade Bye Leute